Eine große Entwicklung beim Bergsteigen der letzten zehn Jahre ist definitiv die Digitalisierung. Wir planen heute unsere Tour nicht mehr mit Karte und Schnur, sondern per App oder am PC. Ob das nicht vielleicht manchmal auch problematisch ist, klären wir heute im Bergsteigen-Grundlagenkurs. Vor langer Zeit habe ich im Grundlagenkurs über das Thema Tourenplanung gesprochen. Wie man seine Tour richtig plant, wie man das Wetter kontrolliert und wie man sich richtig vorbereitet. Doch gerade in den letzten Jahren haben sich die automatischen Tourenplaner bereit gemacht. Kaum noch jemand plant seine Tour wirklich mit einer Papierkarte und auch kaum jemand misst mit dem Faden die Länge der Tour im Verhältnis zum Maßstab der Karte aus. Die Zeiten ändern sich eben. Apps wie Bergfax, Autoactive, Garmin und unendlich viele mehr bieten heute auch Planungsdienste an. Den meisten von euch werde ich das gar nicht erzählen müssen, denn kaum jemand verwendet diese Routenplaner nicht. Und manche von euch nutzen die Tourenplaner nur als grobe Orientierung, andere klammern sich an die Informationen des Service mit ihrem Leben. Ein Ansatz von den beiden ist aber gefährlich. Schauen wir uns kurz die Features der typischen Planungsdienste an. Man setzt einen Startpunkt und einen Zielpunkt und kann dazwischen sehr viele Zwischenziele einsetzen, um so vielleicht einen anderen Weg nehmen zu können. Problematisch sind automatische Tools, weil sie nicht zwischen der Wegbeschaffenheit unterscheiden können. So kann es beispielsweise sein, dass die direkte Route, die dann rot oder blau markiert wird, euch zwar logischerweise vorgeschlagen wird, aber dieser Weg vielleicht sehr komplex ist, sehr steil, fast schon weglos und so weiter. Ein anderer Weg mit vielleicht 5 Minuten Umweg wäre vielleicht viel einfacher gewesen. Damit hat die App zwar die kürzeste Route gefunden, aber nicht die schnellste. Denn obwohl heute Tourenplaner auch die Steigung und damit die Gehzeit mit einbeziehen, liegen hier einige Fehlerquellen begraben. Tourenplaner unterscheiden nämlich in der Regel nur in den bekannten Informationen. Meistens unterscheiden sie zwischen Straße, Schotter, Weg, Fahrt und Steig. Eines anspruchsvoller als das vorige und dementsprechend werden für das Planungstool auch andere Zeiten eingepflegt. Für einen Steig braucht man also dementsprechend pro Kilometer länger als für die gleiche Distanz auf der Straße. Zusätzlich berechnen diese Apps und Tools auch noch mit ein, wie steil es auf welche Distanz ist. Die direkte Steigung wird also Meter für Meter mit eingeplant. Das bedeutet, diese Tourenplaner arbeiten mit einer enormen Masse an Informationen. Distanz, genaue Wegbeschaffenheit, Höhenmeter und nicht zuletzt mit der Sportart. Denn viele Planungstools erlauben auch, dass man für die Strecke eine Sportart wählt. So werden auch hier nochmal sogenannte Erwartungswerte in den Datenhaufen von gerade eben eingestreut. Es macht also auch einen Unterschied, ob ich ein Trailrunner bin oder ein Wanderer. Jetzt kommen wir damit aber zu einer großen Gefahr, was diese Planungstools betrifft. Nein, eigentlich zu mehreren, aber Schritt für Schritt. Die Erwartungswerte müssen nicht immer mit der Realität übereinstimmen. Ein Wanderer beim Tourenplaner ist nicht genau definiert. Es gibt auch keine Möglichkeit, das abzugleichen. Somit können wir uns nur auf die Einschätzung des Anbieters verlassen. Die Frage ist nun, ob es so schlau ist, das eigene Zeitmanagement und die eigenen Fähigkeiten jemandem zu überlassen, der einen gar nicht kennt und nur mit Statistiken herumrechnet. Es kann sein, dass man viel schneller ist. Aber noch blöder, es kann natürlich auch sein, dass man viel langsamer ist. Damit kommen wir eben in den gefährlichen Bereich. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Wenn man in der Tourenplanung die Voreinstellung Wandern oder Trailrunning wählt, aber auf eine anspruchsvolle Bergtour geht, gibt es ein Problem. Denn am Grat, im ausgesetzten Gelände oder im schrofen Gelände bin ich einfach deutlich langsamer als auf einem Wald- und Wiesenweg. Jetzt gibt es aber die Gefahr mit der vorhin erwähnten Wegbeschaffenheit. Eine App oder ein Programm kann nur zwischen einzelnen Kategorien unterscheiden, die vorher angelegt wurden. Wenn der eine Steig ein Steig ist, der leicht und schnell zu begehen ist und der andere Steig eine schwierige Bergtour darstellt, macht die Berechnung hier keinen Unterschied. Denn der Erwartungswert bleibt der gleiche. Die Prognosen der Gehzeiten von diversen Apps hängen also nicht nur von der Voreinstellung der Aktivität ab, sondern auch von den tatsächlichen Umständen vor Ort. Und da kommen wir gleich zum nächsten Problem. Apps und Tourenplaner sind unglaublich komfortabel und gemütlich. Als ich mit dem Bergsteigen begonnen habe, war eine Tagestour mit einer Planung und Vorbereitung von etwa zwei bis drei Stunden in Verbindung zu bringen. Das war einfach notwendig, um alles über die Tour zu wissen, was man wissen muss, um sich eben nicht in ungeahnte Gefahren zu begeben. Heute kann ich blind auf einer Karte ein Ziel, einen Gipfel wählen und dann einfach den nächstgelegenen Parkplatz als Start wählen. Es ist sehr schnell erledigt und man hat in kürzester Zeit dank des Tourenplaners eine Route. Wie die Route dann letztlich aussieht, damit beschäftigen sich immer weniger Menschen. Ich weiß, Tourenplanung ist kein sexy Thema, man kann keine schicken Fotos dabei machen, Es ist nicht spannend und sehr tief abstürzen kann man am Esstisch, am Laptop auch nicht. Aber es ist eben der Grund, weshalb Touren nicht nur einfach scheitern, sondern auch tragische Enden finden. Das bedeutet, die Tourenplaner können unser Erlebnis in den Bergen definitiv unterstützen. Keine Frage. Aber sie können keinen einzigen Schritt der Detailplanung ersetzen. Ein großes Problem der Tourenplaner ist nämlich, dass sie nicht immer die Wegnamen direkt in den Karten einblenden. Auch wenn ich von der Phrase, früher war alles besser, nichts halte, in einem Punkt stimmt sie. Früher, als man noch Führer in Buchform hatte, war eine Bergtour über einen Weg beschrieben und daneben ein Bild von der AV-Karte mit einer dementsprechenden Markierung des Weges. So konnte man ganz eindeutig zuordnen, welcher Weg wie heißt und dementsprechend auch zuordnen, welche Schwierigkeiten und Eindrücke man dort vorfinden wird. Auch Bilder sind in diesen klassischen Büchern keine Seltenheit gewesen. Insofern hatten Bücher einen gewaltigen Vorteil. Sie haben alle wichtigen Informationen für eine Bergtour gebündelt. Den Weg auf der Karte, die Routenbeschreibung, eventuell Bilder von den Schlüsselstellen, Gehzeiten nach AV-Berechnungsmethode und ein bisschen Kontext zur Tour und vielleicht sogar einen Tipp für einen Nachbargipfel. Wenn ich heute lediglich auf einer Karte nach einem Tourenziel schaue und dementsprechend irgendeinen höchsten Berg einer Gebirgskette auswähle, dann stoße ich auf den Faktor Unwissenheit. Wer beispielsweise auf der Karte lediglich den großen Bettelwurf sieht, wird sich diesen über die direkteste und schnellste Route ansehen. Denn den Normalweg wird das Planungstool eben auswählen. Da man aber dann schon einen logischen Weg hat, hört man auf, sich mit den anderen Möglichkeiten zu beschäftigen. Dabei entgeht einem dann die wunderschöne Bettelwurfhütte, der hochanspruchsvolle, aber geniale Absammerklettersteig, die grandiose Überschreitung des Bettelwurfs, der kleine Bettelwurf als Nachbarberg, der nochmal ganz andere Einblicke in die Region bietet und nur einen minimalen Umweg darstellt und so weiter. Besser wäre es also, man verlässt sich nicht nur auf die tollen Planungstools, die wirklich perfekt ausgereift sind und mit tausend Variablen umgehen können, sondern beschäftigt sich auch eingehend mit dem Berg, mit den verschiedenen Varianten im Aufstieg und mit den vielen anderen Möglichkeiten der Natur in dieser Gegend. Dabei heißt das nicht unbedingt, dass man sich nun wieder die alten Bücher kaufen soll. Man kann das Ganze auch modern über das Internet machen. Tourenplaner, Wegbeschreibungen, Erfahrungsberichte, Bildersuchen und Co. sind moderne Möglichkeiten, den Horizont und die Sicherheit zu erhöhen. Man sollte alles an Informationen aufsaugen, was man nur finden kann, wenn man schon die Weiten des Internets als Möglichkeit zur Verfügung hat. Interessant ist Tourenplanung nämlich von einsamen Hütten aus. Hier gibt es kein Internet und plötzlich muss man mit den alten Vorgehensweisen zurechtkommen. Mit Büchern, Topos, Bildern an der Wand aus den 60er Jahren und vielem mehr, was kein WLAN und keine Algorithmen braucht. Leider sind da dann viele Bergsteige überfordert, fragen dann aus Scheu aber nicht viel nach und begeben sich dann auf Touren, auf die sie eigentlich gar nicht vorbereitet sind. Tourenplanung und die richtige Vorbereitung sind das A und O und deshalb ist mir ganz persönlich wichtig, dass ihr unter Grundlagen auch versteht, euch richtig auf eine Tour vorzubereiten. Was nichts anderes heißt, als selbst zu denken und kein Gehirnendlager zu suchen. Habt ihr euch schon mal brutal verschätzt bei der Gehzeit und beim Aufstieg? Ich persönlich nämlich schon. Hin und wieder passiert mir das zum Beispiel noch in mehrseillängeren Kletterrouten, auf einem Fels, den ich selten begehe. Da staune ich persönlich schon oft, wie viel länger oder kürzer ich dann tatsächlich unterwegs bin. Ich freue mich wie immer über jeden einzelnen Kommentar. Wenn euch der Grundlagenkurs gefällt, ihr wisst Bescheid. Ein Abo hilft mir persönlich sehr. Ihr könnt auch gerne bei uns am Discord-Server zur Tourenplanung und zu tausend anderen Themen vorbeischauen und fragensteinen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.